Ach so, uiuiui. Und ich konnte mich auch nicht heilen. Ich schmeiß da gleich ein Medikit hin. Ich glaube, ich habe noch eins drin. Ich heile mich gleich im Raid. Aber so abgebrannt war ich ja noch nie. Alter, das ist ja krass. Ich habe bis auf den letzten Sand ausgegeben. Einfach rumverprasst, die Kohle. Das Rüben lauft zwei. Alter, komm mir. Kann ich die... Ich muss noch mal kurz was einstellen. Sag mal, nerf das hier. Ja. Warte mal, ich gehe den mal schneller her. Ich knall die mal ab. Mach das mal. Ich muss noch ganz kurz... Ich bin gleich bei dir. Wo sind die hin? Was sind das Spiele oder solche Typen? Die laufen ja am Rand der Map lang. Ja, das ist bestimmt Spiele. Ja, das ist ein Spiele. Okay, ich komme zu dir. Oh, du bist aber schon ganz schön weit. Bist du über den Berg gelaufen? Ja, so am Rand der Map lang, weißt du? Okay. Jetzt schon im Fight? Ja. Warum man? Ich bin auch so weit weg. Einen habe ich. Sehr gut. Ich muss mich heilen. Mach das, komm zurück. Der andere kommt. Oh nein, ich bin tot. Oh, ich hoffe, der holt sein Buddy nicht. Ich komme, ich suche es drauf jetzt. Ich komme wieder rein. Scheiße, am Arsch der Welt. Wo sind denn die Spinner? Wo ist meine Kiste? Ah, da hinten. Oh, so weit. Oh, ich bin auch tot. Das hat bei mir nicht hingehauen. Ich hatte starke Blutung und alles. Und irgendwas war mit eher nicht nachladen. Oh, ich bin auch tot. Komm auch zurück. Boah, einmal um die ganze Karte rum. So. Oh, ich habe sie gekillt, irgendwie. Sehr schön, sehr schön. Ich bin auf dem Weg dahin. Okay. Kommst du? Nee, das dauert noch. Nein, ich bin tot. Ah, nee. Was? Ich bin tot. Ich bin auch tot. Was war das denn jetzt für ein Fight? Wollen wir nochmal rein? Nee, ich gehe nicht nochmal rein. Ich habe nur eine Pistole ausgewählt, weil ich kein Geld habe. Ich kann nichts anderes auswählen. Ich versuch's nochmal. Lass uns nochmal reingehen, ja. Ach so. Nee, jetzt bin ich raus. Nee, jetzt bin ich rein. Du bist ein Witzball. Pharmazeut-Company ist schon die Arc-Company. Ja, gut. Okay. Naja, doch. Stimmt, hast du recht. So, wo musst du jetzt hin? Hier oben, hier hinten. Nein. Oh, der Wichser. Ich verschiess meine gute Munition. Okay. Let's have a shootout. Papi. Okay, sehr gut. Ja, aber nicht mehr. Wie würde? Ich kille den Hund. Tu das. Alter, will der mich jetzt verarschen, oder? Da bist du. Wo bist denn du? Kau. Ich bin da unten, rund, rund und durchgegangen. Ach so. Ich muss denn... Ich muss doch das untersuchen. Das hast du ja alles schon gemacht, weißt du. Jetzt bist du schon wieder weg. Nee, nee. Ich muss jetzt nach oben ins Büro. Soll ich zu dir kommen? Nee, ich komme zu dir. Ich höre einen Haufen Steps. Ich weiß nicht, ob da bist du dahin. Wurde beschossen. Sag bescheid, ob ich zu dir kommen soll. Ja, die wollen mich in die Zange nehmen. Au. Alter, ich bin tot. Scheiße, der hat mich auch gleich getötet. Der kam mir entgegen. Ich wollte gerade zu dir kommen. Ich hab ihn. Komm wieder rein. Na ja, ich bin wieder tot. Komm wieder rein. Oh, der Pistole ist ja entlassen. Der kam mir genau entgegen, genau. Okay, ich hab ihn. Ich hab ihn. Sehr gut. Ich komm zu meinen Sachen. Okay. Nee, wo sind meine Sachen? Äh, die liegen hier vorne. Da vorne, neben der Tür. Musst mal gucken. Hast du eine MP7 gehabt? Ja. Die liegt hier bei dem hier noch. Labe dich. Kein Rucksack. Wo ist denn der Scheiß hin? Bei dem anderen in der Ecke, wo du vor warst, war noch ein großer Rucksack. Die kommen wieder, hab ich gehört. Langsam gehen wir an den Missionsanleiger. Ich hab ihn schon wieder. Ich bring euch alle hier um, bis zu unserem Knimmerlein stuck. Bis ihr die Faxe ein Dicker habt. Hier ist noch ein MP7-Magazin. Ja, das brauche ich. Trainings-SX-Munition. Ja, ich hab nämlich keine Munition mehr. Alter, ich hab auch keinen... Ach, Alter, was ist denn das? Das nervt mich ja total. Was denn? Ich hab auch einen getötet, aber ich hab keine Heilung und nichts. Hat der da welche drin? Wenn nicht, schmeiß ich dir was hin. Warte, ich schmeiß die Heilung hin. Wo ist das Magazin gewesen? Hier vorne. Hier an der Kiste hier vorne. Oh, da ist auch Heilung drin. Das war dein, oder? Oh, er schießt schon wieder auf mich. Er ist down. Gut. Alter, Verwalter. Es sind hier oft wiedergekommen. Aber ich brauch Heilung. Du hast doch ein großes... Ich hab da noch was hingeschmissen und du hast auch ein großes Heilung-Kit noch gefunden. Oder warte mal, hier war... Hier war gerade noch was. Okay. Weil langsam geht's zur Neibe. Kann ich die ganzen Kisten nicht aufmachen? Wieso nicht? Ich weiß ja nicht. Jetzt zeigt mir nichts an. Okay, ich hab schon einen großen Rucksack, wie es aussieht. Jetzt zeigt mir das nicht an. Musst du umschalten, irgendwas? Nee. Nee, mach da einfach nicht mehr. Kann auch nichts aufnehmen. Gut, ich mach mal kurz meine Mission zu Ende. Nein, lass uns raus. Labe dich. Oh, ja. Ich muss mich heilen. Ich hab auch keine Bodyarmor mehr. Ich muss jetzt auch... Langsam... Das Weide suchen. Ja, ich kann das nicht öffnen. Ich lass da einen zum Ausgang gehen. Okay. Was für eine Jagd, aber. Gut, dass ich nochmal die Knarre wieder hab. Ja. Da war ein bisschen komisch, dass ich nachher nicht mehr rangehen konnte. Ich konnte mich da irgendwie nicht mehr dran laben. Auch nicht mit Z durchschalten und sowas. Ich hab alles gedrückt. Gibt's so nicht. Bin auch einmal rausgegangen. Ich hab auch ein paar Jahre hin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.